ja ich habe ich das andere Ding da gescreenshottet weiter fahr doch du Idiot jetzt fahr Alter du unfähiger Pflegel das war halt weil du mit Italiener als Italiener begleitet hast davon kommt er ja wenn man groß muss man arbeiten aber auf platz 10 vorgefahren und bleibt ihr denn ich stehe im Tunnel ah da gibt er ja kannst du schnell kannst du lange im Tunnel stehen bleiben wir hatten die Masse Karabolage von Monago es gab schon Rettner zu nur 3 Autos über die Zwillinge bekommen also ah ja nicht abwägen ah ja also ob starker Stahl ich habe einen Mundfall gebaut du Idiot und du hast ein Ding mitgenommen schee angreifen da ist ah das habe ich irgendwie gesehen das hat ja mal gar nicht alles gezeigt ach Mensch Sebastian Mensch mein Gott muss das sein Michael hast du das gesehen? ja ah nö oh Gott das habe ich ja auch gesehen an der Stelle komm Sainz dafür musst du jetzt bezahlen dass du Vettel ersetzt wie schon gehört Carlos Sainz wechselt zu was ist es dann wenn es wieder los geht fährt er dann bei Ferrari oder was ist das dann ja nächstes Jahr ist Ferrari ne ich meine es in der Saison fährt fährt er dann noch bei Ferrari wir haben jetzt einfach zu abgedradet der Vettel noch zur Ferrari wird ja normal schon angefangen von daher ja deswegen frage ich ja weil ich meine ey wie kann sein dass die Schrotmühle hinter mir ist ach warte es gerade noch ist Meme Lord hallo ah ich bin 39 Sekunden schnell alles in der Vorrunde schön ist ja super schwer sein ich komme mehr ich zerquetscht dich Alter ich führe gerade so eine riesige Kolonne an wie sind die so wieder so nah bei mir und wenn du bist eine schnellste Runde los wenn du so hart ist und das von Kimi ich hatte das das hier das hier oh oh das schüttet der schüttchen die Weiber komplett oh absolut ich bin neuter ich habe das gut gemacht schön sympathisch man kann sich unterhalten also in echtem Video werden jetzt tot aber was ist das alter ich sehe ich sehe es kommt dass ich gleich von Ben weggehauen werde hallo 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 das ist immer noch auf Rang 10 an der Stelle ich glaube man kann die ersten zwei Rennrunden mit einem Zitatsboot beschreiben oh 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 das ist das das passt an der Stelle das passt an der Stelle eine Sekunde hinterher was ist das Beisterfahrer hallo 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 da brauchen ein paar lustige Effekte in dem Video weil also das wird's das wird fantastisch das wird fantastisch ja würde Peter Lugens jetzt auch so sagen stimmt's Peter Fächer fantastisch ich stehe ich ja ich kriege immer mal eine Tasse Kaffee und auch ein paar Zigaretten was haben sie denn da unten in ihrem Stutzen drin? Zigaretten bitte? Zigaretten das ist Horst Günther in Frieden der ewiger Freund seine längste Tour war immer zum Kippenautomaten was sag ich auf seine erfüllste? ja mit Nikotin damit was für Platz bist du? 9 alter Kubica hat mich rausgedreht ah ja wenn du ein Geisterfahrer bist ich war kein Geisterfahrer ich glaube Horst Günther wer ist mit Daniel entgegengekommen? ja das ist grad eh mal wer hat mich grad nochmal rausgedreht ich glaube Horst Günther war der großzügigste Spender den man je beim Straßenbauamt gesehen hat mit seinem Teer Michi haut grad die Witze raus hier an der Stelle das ist richtig ich glaub das Video wird irgendwann mal nicht zeigen aber wir hoffen es nicht Gott erhalte unsere nicht vorhandene Monetarisierung wenn ihr uns helfen wollt dass wir eine richtige Monetarisierung haben abonniert bitte den Kanal und schaut euch das Video 5 mal an danke dafür wo bleibst denn du? hinter mir singt so oh ne Carlos Sainz ne 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 das darf man nicht oh der Tunnel ja ah 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 hab ich extra für dich aufgebaut was ist das denn? da wurde ordentlich äh wenn wir so was ist das denn? du kannst doch damit rechnen, dass damit diesen Furfen jetzt so fährt ja ich weiß äh ich hab ihn mal wieder übersetzt BOSS! Ich bin's Tim! ey du hast einfach nur wieder gefickfingert das ist aber wieder richtig ja oh ich bin beinahe in die Boxengasse gefahren oh abzukürzen wo? schlechtredig also sagen wir so wenn ihr vom 1 auf die Sportsniveau sehen wollt hier seid ihr richtig lasst ein Abo da den schönen Daumen und das war's ich wollte schon mehr ein Freundchen richtig ähm das würde ich mal wieder mit einem Zitat beschreiben wollen ob die Fahrwärts scheiße da Frau Herrmann falls es ne Doku war jetzt geht man fast davon aus dass es ne Doku war was ne gute Doku ey scheiße da leck mir los das haben immer nur die Highlights davon gesehen aber also die beste Autodoku die es eh je gab waren eh die Ludols 4 Brüder vom Schrottplatz das waren TV Legensen mein Gott muss das sein bitte dich abräumt bitte dich abräumt bitte dich abräumt der Jugo weiß nicht äh fand schön wie weit steht die da eigentlich äh nö es wird wieder wie in Belgien 2000 oder wann war das oh also Hamilton ist aber auch weit hinten oder das ist richtig aber das ist richtig aber Viertel auch ich meine die Domina küsst oh nein David schau mal auf die Fahrt hier versuch durch die Box zu kommen fahr durch die Box das ist dann schnell fahr durch die Box oh jetzt jetzt durch die Box es geht schneller ja Resolut bedanke dich später hat der gute alte Herr Schuhmacher auch gemacht ah oh du kannst du oh du verlierst du hast aber überhaupt jetzt zu gut gemacht das ist mein Call hab kein Sprit mehr mein Gott muss das sein wie viel da wurde ich dritter die Domi da wurde dritter hier ein Applaus wie Domina von 20 auf 3 beim Crashkurs von Monaco ich hab gedacht wir fahren Crash und du bist ja normal gefahren nö ich erwarte an der Stelle auch ein Dankeschutz für meine tolle Strategie an der Stelle das danke danke das ist einfach Michi du fängst den nächsten RTL an ganz rechts da seht ihr ihn die Domina schaut ihn euch an gleich muss ich sag mal hey komm mal ins Bild hier mein Freund ja da ist hey 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 zeig doch mal meinen Typen da da ist er der Dicke ja so an der Stelle bedanken wir uns fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und ciao ciao